jo leute was genau für heute neues video mit arthur jo leute heute spielen wir in der runde vorgeist und ja wir starten direkt in die erste runde so wir sind jetzt in der erste runde und wir spielen äh mit der arthur rodos wir sind eigentlich okay in vorgeist also nicht so gut aber ja okay ich bin jetzt auch nicht so schlecht aber auch nicht aber ich bin auch nicht der beste wir gewinnen die meisten runden von denen wir spielen aber ja eigentlich folge ist macht sehr spaß zurzeit zocken mit gar keinen anderen games in der nächsten zeit wird mehr folge es kommt wir waren jetzt ich hatte sehr viel training ist das aber ich bin ja jetzt wir haben sonntag den 31 juli und am dienstag fahre ich ins trainingslager für fünf tage nee nein 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 am samstag am samstag ja am freitag oder am samstag ich weiß nicht ganz genau in der zeit werden dann diese woche werden noch videos kommen aber ja wir haben heute sonntag wann das video ankommen somit braucht man gucken spätestens mittwoch sagen wir so wir sind jetzt in der zweiten runde eigentlich die erste und sind immer gleich und aber wir können eigentlich diese musik aufgespielt haben aber ich auch länger spiele ich habe generell richtig aufgespielt nicht schon in dem modus dann spielt ja schon seit anfang von voraussich wir sind jetzt in der dritten runde und wann ja unterschiedlich bei uns ja wo ich bin ich war jetzt nicht so schlecht aber ich bin auch nicht krass ich komme meistens weiter ich glaube ich bin hier bis jetzt ich einmal rausgeflogen aber trotzdem ich hatte bis in der nähe von der jahre idéer und meinen schulden und neuen warte und wie sich das so ist da bist du warte und dann ja ja dann nach rechts hatte noch recht nach rechts von nach von abschaffen und jetzt ja zack zwei punkte nein wir schaffen es nicht hatte kann ich vielleicht versuchen ich habe es nicht nur geschafft wie viele punkte hast du ja ich bin kurz gold ring nehmen wir erstmal auf sicher ja den nimmer den einfach hat so reicht 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 jetzt rein genauer zu uns lang versucht da irgendwo ein ja richtig ja so wir sehen uns in der nächsten runde was wahrscheinlich finale sein wird nicht raus einfach am besten keiner hält fest alle gewinner er wird doch mal schneller unteres teil man das regt mich so auf wer er der wikiner ja ok einfach hier fest, Arthur nein, ich bin raus Arthur, der Sprung muss denn jetzt sein eigentlich ich weiß er wird gleich festhalten ja, dieser einer ist fest das mache ich denn, das war so dumm, Junge ah, der Wikinger ist da, der gern muss ich geil rausfliegen egal, ich fliege selbst gleich raus oh, so, jetzt macht er mir noch drückt dir was machst du ja, Leute, wir sehen uns in der zweiten Runde so, wir sind wieder in der ersten Runde ja, und wieder Ritter so, wer erwartet obwohl, kann er ja auch als zweites Spiel kommt ja, das ist ja nochmal was anderes ich weiß, das heißt Große oder Große ich nehm's Große oh, ey, hab ich den Check vorhin nein, nein, weil einer vor ihm ist wie das oh mein Gott, das wird so knapp nein, einer war vor ihm oh mein Gott, war es knapp oh, war ich der, war ich gut in diesem Spiel gewinnen nein, ich hab zwei jetzt hab ich drei jetzt hab ich vier der Genie hält fest aber nicht mich ich hab das goldenen bekommen hab zehn Punkte mich gekreut oh Gott mit dem goldenen hab ich mich qualifiziert sehr saftig und wichtig halbfinale danach kommt das finale ach, Digga, was ist das denn oh mein Gott jetzt vielleicht ja ich nicht jetzt geh da drauf ich geh da drauf jetzt auf das Ding auf das andere Ding echt ja jetzt da nochmal hey, sprung nein, nein wir sind jetzt im finale und einer muss das Gewinn auch von uns komm schon, ich darf jetzt nicht wieder so dumm rauslegen und bitte keiner hält fest und du machst mir keinen Druck Nein, ich auch nicht keine Sorge ja ich bin raus ich bin nicht raus ich glaube, was so wäre jetzt zwei kam aus deswegen bin ich hier raus wow, ich lebe wie gut die Einheit fest dieser eine mit Liedern und Helm oder so ich bin hier ach da diese Astronauter ja nein, ich glaube, das war Call of Duty nein nein, ich bin raus ich bin raus egal wir sind jetzt bei der dritten Runde und auch die letzte Runde okay in der letzten Runde heute vielleicht gibt es ja der Win in der letzten Runde ich bin genau runtergefallen so ja ich bin runtergefallen ja, der ist okay Leute wir sind jetzt in der nächsten Runde immer wenn ich die Ansprache mache verkackig oder wenn die Ansprache kommt dann fliege ich direkt raus also falle ich runter ja, ich bin jetzt cold wie? schaffe ich das Auto? es wird ganz schwierig aber wo ich nehm hier warten so viele vorne oh mein Gott wie viel hast du? ach man es war ein eindeutiges eigentlich müsste ich da zu 100% diesen Ring da den goldenen Rektor bekommen aber ich habe schlecht ich habe zwei Ringe ich habe zwei ich habe fünf komm schon, komm schon okay, dann hole ich mir den nein komm, ich brauche nur noch einen komm, ich brauche auch nur noch einen hey und ich habe ihn ja ja guck mal einer ein fest siehst du den siehst du den Astronauten da klingt das doch schon wieder derselbe nein, der hat kein Muster ich dachte ich hä ach man, stimmt nein, ich bin mit dem Lulatsche fest ja, bei mir sind auch groß oh nein bei mir sind auch welche die festhalten oh nee bei mir sind alle faire sportsfreunde geil Leute merkt euch bleibt faire sportsfreundin vor allem das sind die guten Leute geh doch rüber da hält keiner fest jetzt kannst du rüber gehen jetzt gibt es noch alleine da ich bin rüber wirklich ja, okay das war's vom Video bis es euch gefallen hat lassen, like und abonniere es euch aber dann